warum ich mit handschuhe fahre schau mal ganz einfach erklärt schau mal hier in die camera hey cray was geht schau mal das ist mein lenkrad da ist der rechte griff oder der linke die sind aus italienischen alcantara aus kunstleder und wenn ich beim fahren schwitze dann werden die griffe nass und die griffe saugen sich dann voll mit dem schweiß und mit der zeit löst sich dann dieses alcantara von dem griff vom lenkrad und dann ist dieser griff vom lenkrad kaputt dann kann ich damit nicht mehr fahren weil es nicht mehr fahrbar und das verhindere ich halt mit handschuhen durch die handschuhe geht es nicht kaputt wenn es kaputt geht ich kann es nicht kaufen ich muss beim support bestellen wenn der support es nicht hat kann ich mir neues lenkrad kaufen so ein lenkrad kostet um die 500 euro und deswegen habe ich halt handschuhe an und wenn man irgendwann mal richtig gut ist man fährt stärkere motoren dann braucht man auch handschuhe wenn man abrutscht dann kann man sich ganz schön weh machen und die handschuhe verhindern auch dass man nicht abrutscht damit das leder am lenkrad nicht abnutzt das kostet dann sehr genau deswegen damit das leder nicht abnutzt weil sonst würde ich wahrscheinlich ohne fahren gut optisch sieht es auch geil aus so 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 Vielen Dank.